Finden Sie nicht, dass es hier... ...eigenartig riecht? Finden Sie? Die nicht! Danke. Mottenpulver! Natürlich! Das könnte schon sein. Dagegen bin ich allergisch. Ziehen Sie sich doch vorher noch einen anderen an, bitte. Ich habe nur diesen einen schwarzen. Danke, du bist dein Schatz. Danke. Gehen Sie ruhig schon ein bisschen weiter vor. Ich kann den Mantel ja ausziehen und vielleicht lüftet der bis zur Kirche noch etwas aus. Danke.